Selee Bonbons. Ich nehme das gleiche, was er hatte. Soll das eine Herausforderung sein? Fieberreich. Zieh an meinem Finger. Oh, oh, zu spät. Jetzt hast du ein Problem. Reggie, ich werde erst aufhören, wenn ich dir dein Fell weggeätzt habe. Reggie. Wir sind hier, weil wir ein Geheimnis lüften wollten. Genau, Scoop. Ja, so will ich euch. Ja. Ja. Vielen Dank.